Hallo Leute, hier ist mal wieder die Anna. Willkommen auf meinem Kanal Alles für die Katzen. Und zwar, ich habe was im Internet bestellt. Solche Stöckchen, die sollen nach Katzenminze schmecken und ich will es mal ausprobieren. Ja, da guckst du schon, ne? Schneffeln. Titi. Die sind total skeptisch, ne? Trauen den Bratten irgendwie nicht. Okay. Schon irgendwie interessant, ne? Die wissen aber nicht, was die damit anfangen sollen. Guck dir das an, jetzt fängt es los. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Deine Frau. Guck dir das an. Dämmel sein. Mach dir das an. Die sind. Aberdeine Martin. Fangen wir an. Fangen wir an. Wann woher. Denken wir an. Fangen wir an. Der da. Na. Wir sind ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Also Fazit dazu ist, wenn es vor der Nase liegt, dann beschäftigen Sie sich damit Und wenn es aber irgendwo anders liegt, interessiert es ein wenig Ich habe keine Ahnung, wie ich das anschätzen darf, keine Ahnung Na gut, also Tschüss, bis zum nächsten Video Untertitelung des ZDF, 2020